So, hallo. Hi. Ich bin cool. Ja, ne. Und Dominik, dich. Ja. Darfst du mich auch sonst vielleicht mal zu, Mate. Ich wollte da hinten hin. Ach, verstehe, dass Donny's Mate ist. Ich weiß nicht, dass hier funktioniert. Okay. Ihr müsst wissen, ich hab das schon mal durchgemacht, diese Scheiße. Mit einem Mate, der besser war wahrscheinlich. Halt die Fresse. Dann mach's doch mit dir. Ich glaub, du hast das mit Dominik gemacht. Ja. Ja, ich hab das mit Dominik mal gemacht. Diese Strecke diente der Stärkung des Lebens. Wo ich dir hauptsächlich das Denken überlasse. Sie mussten nichts weiter tun als 5 Minuten. Du Wichser! Haha, du Hund. Ja, was kann ich dafür, dass du so grenzdebil bist? Wenn ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhude... Hahahaha! Au, ihr seid auch zwei. Tja, und das ist, ne? Ja, halt die Fresse, ich fick deinen Esel. Lass mich mal durch. Geht doch. Geht doch. Oh, du hast den Sprung getimed. Glückwunsch! Ihr seid zu... Ich weiß ja, ich hab einen verfickten Schädel gehabt. Wollt ihr mich beeindrucken? Am besten gegen den Spiele der Mann. Ihr zwei seid das Team Team. Lass das Team wieder mehr machen, ja? Klar, dass das über das. Bin hier oben. Der kopiert aber auch alle meine Ideen. Ich auch. Du bist richtig, du Hund. Hahahaha! Hahahaha! Ja, da kommt alle meine Ideen. Ja, es auch! Das redet aber nicht so gut! Hahahaha! 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 Ich glaube, das! Okay, nein. Wir meinen, dass es hier komplett ist. Mein Gott! Ich entschuldige mich jetzt schon mal für alle Zuschauer, die sich grad frustrieren vor den... Huuuiiii! Die Haare ausreißen. Mir geht's genauso. Hier! Ja, mach doch was! Hahahaha! Hahahaha! Was willst du von mir? Dass du den Schalter oben betätigst! Immer muss ich das machen, Mann! Chris stellt sich immer da als das Riesenopfer da. Obwohl ich hier leiden muss. Ohne Witz! So, mach! So, jetzt ist ich! Du bist auf mich angewiesen. Geh da hoch! Du verwirrst mich! Geh da hoch! Geh da hoch! Geh da hoch! Du Tomerwigs! Hahahaha! Jetzt nein! Mach hier einfach dieses Schiffportal hin, okay? Geh da hoch! So! Verpiss dich nach unten! Ohne Witz! Der Trigger ist so hart! Du blöder Wichser, Alter! So! Jetzt! Jetzt! Lass mich da hoch! Triggerst mich halt so hart! Ja! Ja! Du triggerst mich auch, Alter! Ja! Ja! Langsam, dass Dominic hier die Mathegrundleinprobleme hat! Ja! Komm! Patrick! Du hast einmal vergessen, dass da noch ein zweiter Knopf ist! Hier habe ich gesehen, dass dein... Du bist nicht der große Denker! Chris auch nicht! Du verwirrst mich halt mit deinem Moveman! Das ist das Problem! Dann verwirr ich dich halt mit meinem Move-Set, Mann! Ich geb den Roblox-Man! Wir verwirrst dich alleine! Hahahaha! Das ist ja das Comedy! Das frustriert mich auch! Das ist ja der Comedy-Faktor hier bei uns! Das ist ja das Lustige! So! Du siehst die Rampe! Ja! Natürlich! Ich weiß, was ich hier mache! Hier! Mach mal da hin! Mach das Gelbe da hin! Ich geh durch! Du schießt mich da durch! Fertig! Hier! Ich bin der große Denker-Hai! Du bist nur so ein Hai! Aber kein Denker! Hahahaha! Das obere Portal, du Mongo! Danke! Du Idiot! Hahahaha! Du bist nichts weißen Ding! Du bist nichts! Du bist nichts! Du bist nichts! Du bist nicht einfach ein halber Denker! Du bist nicht einfach ein halber Denker! Ist das mich erstmal... Hahahaha! Was willst du denn von mir, Junge? Hahahaha! 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 Hey, du denkst du wärst einer der großen Denker! Hahahaha! Du bist nicht heil! Ich wollte das Gegenschießen! Du'n Lappen! Ja, jetzt müsst ihr die Rollen umtauschen, beide Rollen. Ja. Ich war schon die ganze Zeit. Ja, ich schieß doch! Dass ihr vielleicht bei meinem Denker kommt. HALT DIE Fresse! HIER CHESS! Ich dachte, es wird noch Zeit. Ich mach hier die ganze Fluggesten. Ich hab das Hilfe bekommen, danke! Ich wollte eigentlich warten, bis es fast fertig ist. Jedes Versagen erinnert mich daran, wie es einst war. Doch da seid ihr wieder da, ganz als wären nichts geschehen. Und Chris meint immer, er wär der große Denker. Ich habe nie das mit großer Denker gesagt. Doch! Das müsst ihr anmerken. Ich hoffe, dass diese Folgen veröffentlicht werden. Natürlich, was denkst du? Ich müsste nur anmerken, dass... Schick Hilfe, ich verzweifle! Ich müsste anmerken, dass die weißer große Denker von deinem Mund zuerst kamen. Die kamen von deinem Mund. Du siehst das, du siehst das, du schießt mich jetzt hier irgendwo durch. Okay? Triffst du es doch mal? Das ist ein Dego-Shooter, was erwartet du? So, wohin schieße ich dich zum Diesmal dagegen? So, wir müssen sie mal kurz überlegen. Die... das rote Portal, bitte! Ah! Ich musste kurz das Ding zu suchen. Bin ein bisschen blöd, was das angeht. Idiot. Das ist deine Schuld! Ich habe erst alle Schalter gesehen! Du drückst sofort und ohne mir was... Du Wichser! Ich bin unser Team! Ficker! Der geht doch durch! Ja, Moment, Moment! Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee! Du kannst auf jeden Fall nicht mit dem Ball da durch! Gut! Stich's! Gut! So! Perfekt! Guck, wir sind beide große Denker! Ja! Das war alles nur gescriptet! Chris ist sein großer Denker! Halt die Fresse, Dominik! Chris ist ein Denker! Du bist ein kleiner Denker, Patrick! Halt die Fresse, Dominik! Du hast hier nichts gelernt! Du hast eure Büderklappe! Du bist... du bist... du bist... Ich bin schon durch! Was? Du hast doch hinter mir eingeschriegt! Ich habe hier nichts zu melden! Ihr seid doch die beiden, die mich als Partner wollen! Nein! Ich will dich nicht als Partner! Ich aber! Ja! Weil mich zu einer verstehen kann! Kannst du mal sehen, wer da kleine Denker ist! Ja! Aber Chris! Weil er will ja dich als Partner! Nein! Du! Weil du keine kompetente Person als seinen Partner haben möchtest! Du bezeichnest dich gerade als kompetent! So! Schieß mich mal wieder durch! Nö! Ich hab hier immer Spaß! Und er ist der große Denker! Ich habe nicht gesagt, dass er der große Denker ist! Ja! Ja! Du hast jetzt einen Denker! Flieg! Ja! Hab ich! Ok! 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 Ich weiß jetzt wie! Ich weiß jetzt wie! So! Ich muss dir das Tool kurz angucken! So! Wir machen das so! Du fliegst so durch! Ja! Ja! Ich guck dir zu wie du schnell wirst! Ich guck dir zu wie du schnell wirst! Ich schieße es dann nach oben! Du drückst den Knopf! Ich guck dir zu wie du schnell wirst! Fuck! Ja, das hast du schön verkackt! Gut Denker! Ja! Ich hab gehofft das passiert! Einmal! So! Hat mich verdrückt! So! Ja! Verdrück dich lieber mal! Ah! Bälle! Jongliertest beginnt in 3... 2... 1... Meine Balls! Ich wollte ein Wein mitnehmen! Aber geht gar nichts! Ja das ist so sadistisch! Guck es wird! Es wird! Warum hol ich jetzt so nicht rum? Wir machen es easy peasy! Und wir haben Spaß! Ja! Das ist das Wissige! Spaß haben! Ja! Das ist das Wissige! Ja! Das anzuschreien macht voll viel Spaß! Oh Gott! So! Easy! Easy! Ich merke schon! Ich hab gehofft das das passiert! Ich fand's lustig! Okay! Okay! Der schafft das sogar ohne! Ah! Okay! Warte! 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 Ich bin der Ding! Ah! Gott! Das ist die man! Oh! Oh! Ah! 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 Ich hab ne Idee! So! Du schießest es durch! Natürlich! Boah! Sind wir geile Denker! Aua! So! Vielleicht muss ich es da irgendwie durchkommen? Ja! Was machst du da? Was machst du da? Du hast es so eben verkackt, Mates! Geh doch mal durch! Und er ist hier der Denker! Und er ist hier der Denker! Und er ist hier der Denker! Ich hab nie gedacht, dass es hier der Denker wird! Boah! Guck ich wie der Timer! So! Jetzt! Schieß dich durch! Das war das richtige! Halt die Fritzung! Geh durch! Geh durch! Ich hätte das aus dem Boden nehmen können! Es hätte einfach das aus dem Boden nehmen können! Jetzt spring ich mal hier durch! Äh ja! Achso! Ja! Egal! Kann ich ja selbst machen! Ich hab dich durchgebracht, Mates! Der ist hier der Denker und verkacktiert! Ich ändere meine Meinung! Und Chris ist der kleine Denker! Patrick ist der Denker! Danke! So! Lass mir hier den Denker machen! Ich bin hier Denkops! Ich bin Chris Denker! Okay! Ihr seid beide einfach nur Denker! Ich fiel gerade ein, dass am Anfang der Map Patrick einfach nur gegen die Wand gesprungen ist! Ja! Ja! So! Ich hab nen Tube! Ich bin gut, ne? Du bist scheiße! Geh mit dem Tube dahin, wo die Tür offen ist! Ja komm, halt dein Maul! Nein! Von mich soll mit dem Cube dahin, wo die Tür offen ist! Du Idiot! Ich müsste einmal eigentlich sagen, ich war hier! So! Ich sieg hier durch das Blaue kaum! Ja, mach die Augen auf! Äh, ihr seid doch scheiße! Na, was ist da bei dir? Äh, hier sind zwei weiße Plattformen! Das sieht so aus, als... Ja, dann... Ah, okay, okay, okay! Warte, 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 bleib, bleib! Ich hab was nur geguckt, deswegen... Ne, geh da wieder hin! Ja, okay! So! Mach's Spaß, oder? Ah! Okay, 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 ich kapier das Leben, ich kapier das Leben! Ja, ich nicht! Bin hier eingesperrt! So! Was machst du da? Du musst wieder rauskommen! Denker! Komm raus! Komm raus! Ja, ich bin auf der Lösung gekommen! Jetzt gib mir den Würfel! Deswegen hab ich grad gelacht! Wow, der Würfel ist weg! Wow! 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 Der Würfel ist einfach so... So einfach weggefahren! Das hätte man sogar alleine schaffen können! Ja, ja! Seid es auch! Seid es Patrick da auch drinnen lassen können! Ja! Aber der Denker, wir haben den Berg! Das war heiß! Ich hab nie gesagt, dass ich der Denker bin! Das ist der Hoax, die ihr gefunden habt! Dann mach du mal weiter, Patrick! Du bist ja hier der Denker und Henker! Ja! So! Mach die Portale, wie ich die grad hatte! Und dann schieße ich durch die Wegsang! Die sind schon lange so, mate! Tschüss! Ja! Tschüss! Ja! Und dann geht man hier in mir! Geht doch! Guck, ich bin so cool! Ich dance sogar! Das bin ich! Nein! Das war es! Das war ich! Ich bin doch blau! Das war es! Ich hab Aufnahme! Ich hab Aufnahme! Ich hab auch Aufnahme! Was ist denn, wenn ich eure Welt jetzt erstören würde und sagen würde, dass auf Patricks Bildschirm Patrick zu sehen war und auf Chris Bildschirm Chris zu sehen war? Nein! Du zerstörst unser Denken, Mann! Wir sind hier die Denker! Ja! Wir... Beim nächsten Projekt nennen wir uns einfach die Denker! Der nächsten Kanal! Die Denker! Ah! 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 Ok! Da mach! Da mach! Ja, hier unten ist was, ne? Das bringt uns nämlich nichts! Was? Ja. Das hab ich ja rausgefunden mit meinen Denken! Moment mal! Ich lass uns mal kurz fliegen. Ja, schieß mal. Ja, perfekt. Perfekt, du Denker. Ja, das war scheiße. Nein, das war perfekt. Taha! Achso, tata, ich kann hier hin. Lol. Okay, 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 okay. Schieß mal, schieß mal. Ah, okay, 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 okay. So, pew, pew. So, du musstest. Ja. Perfekt. Ich bin der Denker. Ich bin der Denker unter den Denkern. Ich bin geil. Wo ist er? Warte. Was machst du da? Es ist alles prima. Es ist alles prima. Es ist alles prima. Ich wollte nur nicht, dass der Wüffel gegen meine Fresse schleudert. Ich hab ein bisschen Angst. Der Wüffel gegen meine Fresse geschleudert, du Idiot. Ich bin fürsorglich, ja? Ich will mal so sagen, eigentlich ist geplant, dass der da oben ist und den Würfel fängt. Und den dann unten weiterreißt. Ja, denn so hast du immer mit. So, du musst jetzt mir die Portale da machen. Bekomm ich einen Denker? Nein, ich bekomm einen Denker für Sicherheitsverkehrungen. Ohne Scheiße. Ich wollte einen Partner, kein Grenz-Stabil. Dafür hast du gerade die letzten zwei Rätsel hier durch Carrier. Die letzten zwei? Der wollte mal, was hast du gerade Pier bei diesem Rätsel da gemacht? Ich hab den Denker. Ich hätte fast... Du wusstest nicht, dass man da durchgehen kann. Ich wusste auch schon, nur ich wollte, dass der Wüffel bei mir ist. Durch die Portalschranke. Ich wollte den Würfel sofort bei mir haben. Ihr Bitten. Patrick ist ein bisschen zirgert. Sehr gut. Aber ich muss Chris zustimmen. Du bist der, der gedacht hat, man kann nicht durch die Portalschranke gehen. Ich hab's halt nicht gesehen. Tut mir leid, dass ich mich nicht richtig umgeguckt habe. Das ist doch recht offensichtlich. Ich hab mich nicht richtig umgeguckt. Das hast du gesehen. Du kannst nichts dagegen sagen. Okay, 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 okay. So, du Lauch. So. Oh Gott, das wird witzig. So. Ja, ich bin fertig, ne? Tschüss. Bis. Wow, ich bin jetzt genau gelandet. Wow. Ich hab einfach nichts gedrückt und bin ausgerutscht. Darf ich sagen, dass ich triggert bin? Ich hab's. Wahrscheinlich. Schieß. Wohin? Schieß! Wohin? Ich weiß nicht, was der... Schieß! Was für Schieß? Drück den Knopf, Chris. Das mein ich doch! Da... Schießen! Drück den Knopf! Das ist mein Knopf. Ich komm noch nicht hin! Ich komm noch nicht hin! Ja, ich bin auch gut. Oder halt auch schießen und schießt den Knopf dasselbe. Schieß! Ich komm! Wie? Er kann nicht schießen! Skum! Und du wunderst dich, dass er nicht den Knopf drückt. Kommando schießen! Und du wunderst dich, wieso ich dich den Kleindenker nenne. Schieß! 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 Es war halt richtig hart mit dem Würfel geschossen. Der drückt nur ein Knopf, der schießt nicht! So, warte, ich will hier die Folge banden! Ich will mit Riederwarten! Ich will hier die Folge banden! Blut, du bist das beste Robotastle, dessen Entwicklung Aperture Science nie eingeschätzt hat. Bei euch begeht man Suizid. So, ich würde dann einfach mal sagen, wir sind uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Tschau Leute, und haut rein! Tschö!